Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Fortnite zusammen mit dem Nick. Guten Tag, Nick. Ich würde sagen, dass wir uns einfach gleich in der Runde sehen, wenn wir was reißen und ja. So, da sind wir jetzt im Partybus und ich würde sagen, sollen wir Loot Lake oder eher? Können wir Plessie spielen? Ja, können wir auch machen. Geh mir nur in die Nähe. Ich geh dann Blue. Ja, ich guck mal, ob ich moderne Winter kann. Oder Baumhaus, ja. Ich geh eh von unten beim Blue rein. Hier oben ist keine Kiste. Nice. Ich rutsch jetzt mal den Baum schon runter. Oh, loo, jetzt hab ich das gar... Äh, du siehst mich vielleicht. Ich komm jetzt zu dir, ne? Hä, der Typ ist nicht... Hä, wo ist der hin? Der ist auf dem Dach, müsste der sein. Hä, ich bin hier aber auf dem Dach. Oh, loo, da wurde reingebaut. Ja, hast du dich da reingebaut? Ich bin nehm zu. Okay, warte, ich muss hier erstmal hier. Fuck, ich hab übelst jetzt Snipe kassiert. Ich hab mich halt nur von, wo ist er noch gesnipet denn? Ja, ich glaub von da hinten oder so. Ah, da ist einer bei O.S.O. Und Twitch. Äh, hab ihn, äh, Header? Oh, der ist genockt. Ja, ach so, der andere kommt. Okay, der ist eliminiert. Hab einem noch einen Header gegeben. What the fuck? Ja, der, der ist auch low. Ja, der ist weak. Habe noch einen Header gegeben. Achtung, wir werden besnipet, aber... War das der? Nein, das kann nicht der sein. Nein, das war nicht der. Oder? Hä, wo ist der? Oh. Oh. Sollen wir den Typ pushen? Ich weiß nicht, ob wir da nicht... Ich hab keine Priorität. Ich auch nicht, komm. Wenn so Hard of Hard kommt. Das ist noch Minis, da hab ich die. Warte, ja. Äh, also... Klar. Das hat zwei Stück. Und auch ne Börs, die volle... mit vollem Magazin. Aber ich hab keine Money mehr gehabt. Also nur noch 13 und das ist nicht grad viel. Das, an der Pump habe ich aber schon. Wer noch, irgendwo ist noch ein Sniper-Boy. Und Leute, das ist doch ein Stormgewehr. oder warte schon mal die pappen obwohl die bürste kommt jolo ich hab zwei medikits nein mega lex sein vater kann sein ich bin mir nicht sicher doch das ist einer der ist einer komm komm aufs dach das ist wie ihn aber ich gehe auf ja gut der ist dahinter dass dahinter siehst du den da hinten da siehst du ihn bei dahinter berg sind die hügel habt ihn gehittet mit dem jagdgewehr nein ich habe keine baumann materials gar nichts als ob du push ja gut jetzt war rekt und wir haben bis dahin von irgendwo anders oder ich weiß dieser hinter der gruppe oder achtung diese oder diese laufende ja ich gehe soll mir auf den berg das dass ihr so ein tritt ist die haben keins geht glaube ich keine so hat nur ja du hast materials ja bau schon mal bau bau hat die neue shotgun habe ein hau stark oder das gar gehabt und er hat die neue shotgun sofort gehabt nice was mache ich darf ich mal kurz sehen ja fragt mir sind auf der fach hat die schuldige kassi achtung da sind welche bei soso siehst du den kannst du mir auch noch scharfschütze monik geben schwere ja 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 ich habe da auch jacke war jetzt ist er weg ich habe fast gar keine ich habe hast du wieder material ne nur 33 eisen ich bin mir nicht so sicher einfach habe ich habe ich habe ich habe ich habe alles klar der eine rund rennt runter die sind halt hart getrennt ja sagen wir ich weiß nicht ja warum hat er nicht getroffen wenn er nicht gebaut hätte bau 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 immer ein bisschen der pusht der pusht der pusht nein der hat rocket launcher worte facke alter so ein lappen hat rocket launcher jagt ihr gleich wickets rein ich bin da nein von zwei seiten coole runde wissen sie muss aber gleich in der nächsten runde ein paar die bussen wird sagen gehen wir noch mal pläsen können wir machen sind wir sind wir alleine nein da sind noch weitere würde ich sagen dass wir jetzt einfach mal hier ganz wenn wir wirklich alleine sind dass wir sie einfach ganz pläsen gluten und das wird einfach gleich wiedersehen da sind wir jetzt auch schon wieder haben ganz pläsen gelutet wir haben jetzt eigentlich relativ gut und müssen jetzt durch schlug leg alte holz und sie die haben auch eine sniper fach wir waren so langsam die haben die safe ist wieder weg warte warte oder meinst du ich bin mir nicht sicher kann kriegst du ihn oh nein nick nick ja hab ein schnell der weist gerade den anderen hier hinten 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 kriegst du ja stark man regeneriert sofort mit dem medkit wir müssen dazu kommen ja warte ich laufen auch in die richtung wir müssen übel ist halt dürfen uns halt nicht sehen hast du als ob du raketenwerfen launcher hast raketen äh granatwerfer das wird jetzt nein internet bitte 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 hallo da hinten geht die party ab bei n o geht die haben die gebaut und die anderen haben bei 60 so gebaut so vor uns da geht's gerade ab ok bist du bei mir warte schill 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 hab einen hab ihn hab den anderen hast du viel damit bekommen ja es geht es geht hier noch letztes gar für dich hast du schon eine wo sie drin wo achte und er kommt der push auf war ich habe ihn gut ich habe ihn gut scheiße fuck so billig naja würde ich sagen verabschiede ich mich damit von der aufnahme ich hoffe sie hat euch trotzdem gefallen er war ja eigentlich relativ spannend noch so und ja haut da rein lasst ein like da und ein abo und tschüss dass so die